Was machst du hier, Junge? Ich geh nach Hause, Sir. Du suchst doch keinen Ärger, Kyle. Kein bisschen, ich scheuß ihn. Hands on. Es ist wieder soweit. Wir erwarten 20 Leute, die um einen Truck herumstehen und ihn mit einer Hand berühren. Tag und Nacht, bis nur noch eine Person übrig ist. Mit der Hand am Truck wohlgemerkt. Und die gewinnt den Truck. Nicht ein Wort. Du hast nichts gesehen. Ich brauch den Truck. Ist das nicht gefährlich, einen Haufen Leute in der Hitze rumstehen zu lassen ohne Schlaf? Nein, es ist ein Spaß. Ab nach Hause. Ich nehm meine Hände nicht von Schmutz. Mach's gut, Pete. Hey, lass deinen Garten zu. Die Sirene geht gleich los. Komm in die Gänge. Pause ist vorbei. Du willst doch den Truck gewinnen, oder? Es ist ein Spaß, das kann ich dir sagen. Glaub's mir ruhig. Echt riesig. Hands on, Steve. Kurz vor der 40-Stunden-Marke. Ich muss sagen, ich rechne mit über 100 Stunden. Ist mir los? Hey, hey, Biloxi. Schwitz bloß nicht auf meinen Truck. Was meinst du, warum die Leute kommen und uns zu schauen? Ist ne Schau. Ne richtig gute Schau. Eine The twilight light's last gleaming.